Zu einem neuen Stream? Ist Daru grad bei dir? Ja. Nimm auch Mammutskin, wenn du Ehre hast. Leute. Ich muss noch drunter. Sorry. Junge, wenn du hier bist, dann kann ich weiter. Vorher konnte ich nicht mehr vorbereiten in einer Runde, du hast mich richtig generiert. Okay. Nach der Runde, okay, Aurora. Hat sie dir auch geschrieben? Nee. Aurora, ich hab sie gefragt, ob sie mitspielen will, dann hat sie gesagt, ja, okay. Dann hab ich ihr gesagt, nach der Runde, okay. Aurora, du kannst nach der Runde mit mir, Ronel und Lauren spielen, okay? Dankeschön, bitteschön. Ich, nicht über die Schule. Wer geht in die Schule? Ja, natürlich. Ich geh. Alter. Man muss sogar, man muss. Ja, jeder muss. Ja, jeder. Ja, ich weiß. Ah, Aurora ist beigetreten. Aurora ist beigetreten. Aurora? Ja. Ah, halt. Kannst du bitte ein bisschen lauter reden? Aurora riecht immer leid. Aurora nur mal so, ich stream gerade. Ja, auch YouTube. Und nimm meine Antwort gern. Ja, ich mach mal dein Mikrofon. Mach mal dein Mikrofonpegel lauter. Und man hört nichts. Nein. Nein. Nein, Aurora soll Leute laufen. Aurora kann ich nicht verstehen, ich verstehe was. Ich schneide mal. Digga, hier. Ganze Lobby landet hier gefühlt. Ich auch safe nicht bei euch. Ja, da, wo ist Frank spielt? Okay, mein Frank spielt. Also er wartet nicht so viel. Bude, was geht ab? Bude, der ist besser als du, Lok. millimeter Konkurrenz geht. Ab hat, Ab hat. Schenschaften in der AR koch. Runde, ich resier ihn. Ich hab ein noch. Ja. Ich hab ihn gedingt. Ich hab ihn gedingt. Ich hab ihn gedingt. Ich hab zwei Rollen. Ich hab ein Gedingt gelingt. Ich hab ein Gedingt gelingt. Ich glaube bei Aurora, Aurora-Spieler sind schlecht, glaub ich, dein Name. Was ist die für Level? Oh mein Gott, ich geb ihn einmal, ich geb ihn einmal. Leute, bei mir sind fünf Leute, Alter. Oder besser gesagt, er hat auf. Ey, du, ihr seid zu ehrenlos, seid kopfloch. Guck mal her, Arme nach, für dich. Ich liebe, äh, ich, äh, Ding, ich bin Malesi, 37. Okay. Ja, okay, komm, verlass alle. Nein, ich bin noch im Link. Wir spielen, du verkackst, wir spielen, wir spielen mit Aurora. Aber, mein Freund, oder? Soll ich zu dritt spielen, oder mit Aurora? Jetzt guck mal, dass wir den ersten Curry jetzt. Jetzt heil mich, Bro. Nein, erst mal noch meine Karte holen. Dann muss, dann holt der gleiche Karte. Erstmal, ach, Mann. Dann soll doch erst mal meine Karte, dann muss er mit einmal, dann holt der beide. Ja, lass, 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 lass. Oh mein Gott, Laurin hat mich geheilt. Guter, erstes Weihnachten. Ja, ich sag doch, ich kann mich hier nicht. Ich sag doch, ich kann mich hier nicht. Juga, erstes Mal seh ich von. Aurora, kannst du zuschauen? Ich darf, Laurin. Kannst mal ein Waffe geben, Laurin? Ja, ich geb dir einen Pi. Und Kanaten, und Kanaten. Ja, 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 Kanaten, wichtig für mich. Erstmal da vorne hin, da vorne. Hol mal erstmal meine Karte kurz. Abel, natürlich. Aber das sind Gegner, Abis. Einen. Es war gar nicht parameters. Und, 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 und. Und, 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 und. aber nicht hier ist doch einer das ganz unten bei mir das bei mir das bei mir das ich kann es gleich sehen auch gar nicht guck einfach mal ich sehe einfach ein jetzt ja ich gucke ich hab zu ich guck gerade keine ahnung wo ich bin ja das ist Yusuf gut Yusuf anstatt du einfach die Karte von Lauri nimmst chill doch Aurora Yusuf da fangen wir auf da lag wir auf Jumits die haben mich auch gekillt Aurora macht bereit ok mach Aurora Gruppen anführen da sind Bots glaub ja da sind richtige Bots aber da muss man in Lobby da kommt alle Lobby ja komm Lobby ok ich bin Lobby warte ich komm gleich egal illegal ich seh egal oder egal mal morgen Schule voll scheiße jetzt aber ich bin ich hab grad die ganze Zeit FIFA gespielt FIFA immer noch besser ja ok macht euch bereit ja wir haben doch schon warte kurz so ich muss die Gruppen Führer nicht so gut Aurora nimm mal einen anderen weil das regt auf wenn ihr beide den leichtes gehen hat nimm mal einen anderen Aurora ich nehme ja besser kannst du bauen ja ja kann ich kann sie nein kannst meint ich was was ist das okay ich ja natürlich ja okay dann mach ich du das 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 ich komme glaube ich hat die Klinge was ja Mörder ich 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 bin ich ich bin ich ey Leute ja ihr wisst nicht was grad passiert ist so mach mal Tiktok auf und wir haben so einen Spaß da wo Tiktok an dann macht den ja was ist passiert was ist Aurora Geh grad eben wir haben ja keine Paralina geredet gell jetzt kommt sie und holt mich ab alter wer ach Nina musst du jetzt auch musst du jetzt gehst du jetzt offline nein ich darf nicht mal raus wegen Corona alter ich werde morgen sehr wahrscheinlich mit einer Maske kommen als ob deine Mutter nicht erlaubt nur wegen Corona ja ich schwöre ich brauche den ganzen Tag ich war heute den ganzen Tag heißen willst du aber raus ja schön hey ist Alina jetzt bei dir drin ok lass hier hin ist Alina jetzt bei dir drin da soll doch da soll doch Achlina zu dir kommen oder sie darf nicht Opfer 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 Spaß ja mein Freund Junge Junge als ob man nicht darf nur wegen Corona alter ich darf sogar ja ne weißt du mein Freund hat Corona aber dann wenn Osterferien sind dann darf ich schon wieder raus es ist halt nur Kartoffeln die gleiche Powerboard bestellt was was hast du bestellt Powerboard hast du noch keinen nein nein ich habe schon lange schon locker drei Jahre oder zwei mein Freund nicht mehr hat Corona wie groß ja ach nee okay jetzt hast du auch das ist mein Haus dort wo ich markiert habe dort wo ich markiert habe darf nur ich hin Junge ich tu erstmal loten alter ich sag auch ähm Herr Berte Laurin hat Corona ja mach das ja mach ich dann wird er von Schule entlassen also nie wieder nie wieder also nicht für immer aber ja ihr euch ist schon klar das äh Ding Daniels Onkel auch Corona hat ja ist schon klar Daniels Onkel soll er sich ein Wurstbrot kaufen tschüss ich hab direkt eine AR dann soll er sich ein Wurstbrot kaufen ich hab MP ich hab AR ich hab alle Sachen ey von wo hast du das Ronel dann soll er sich Soosnbrot kaufen Daniel soll sich Soosnbrot kaufen bei mir ist Gegner bei dir ist jemand bei dir ist jemand bei dir ist jemand bei dir ist jemand ich komme zu euch stark aber ich hab ich hab dein Muttergeld erzählt mit Fresse Spaß ich nehm jetzt Aurora mit aber noch ein Aurora komm mal ein bisschen dann ganz klar ich kann von dir ich weiß schon was du machen willst was ja du willst mich nicht nehmen Jungs wisst ihr was mir aufgefahren ist Digga ich hab soll ich so schlechte Waffen am Nachdenken hab ich stark hab ich ihn AP ich hab ihn Aurora nicht wir haben ihn beide mein letzter Schuss war er ja aber ich hab ihn geholt ja interessiert doch keine Hauptsache wir haben die Matten gekillt Hauptsache wir haben Pupsen Hihihihi braucht jemand ein Salvensturmgewehr welche Farbe welche Farbe welche Farbe grün ab Juni ich weiß was ich jetzt mag mein Gott ich hab ihn abgemacht ich hab dein Leben gerettet gell ja hast du hier ich hab Relaten für dich ja brauch ich ich hab dich doch nicht die Runde spielen Eyo Kasi Mekekei 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 Leute ich hab 3 Kills mit ähm Hapuna geholt Mörder ich hab auch ich hab 3 Kills ich hab 3 Kills ja ähm ich bin der beste Ammonakonom ja ich Kamp ich hab und ich brauch A A A A A Aurora wer ist bei dir weil du hast gesagt lass mich nach dem A 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 let's A In Heidel Au los ab und lok ال ihr bist v z effectivement l da eine lokale land off Lob Eyo Kasi Mekekei Eyo Kasi Mekekei El er muss ich mal hier ohne hier da wo sie ist die hier du bist so behindert lauren gib mal weg Junge ich hab einen Minus ich war nicht ich war nicht aber das ist das was hat die so was du hast du da ist gequittet der war da sorry die ihre hast du gesehen ja er wollte mich still ihr seid so behindert ja komm ok ich machs nie wieder habli ja zu spät ist neues Ding ja du konntest dich heilen aber egal ja ich hatte sie sogar für dich mini ja aber ich hab keinen bock mehr auf sowas jetzt verlasst ne nein du wolltest mich killn alter hier liegen eh ok warte auf 3 sagt ihr alle gleichzeitig ne ok 1 2 3 3 ne ne ihr seid so behindert ne 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 정 Waiter wer eigentlich ist selten besonders durch es gab so granaten er hatte so granaten und er wollte mit nein am anfang am anfang habe ich gerade geworfen und da hast du geschossen habe ich fast dann wollte ich ja so wie ich habe schon hin und dann ich habe noch nicht so gut warum bin ich selber schuld um das schöne wach gehabt die sind die paar ja mehr über 200 teitschaft macht nur warum kürtisch weiter ich hatte für dich ein ich habe kein boot mehr ich habe das nicht gesagt jetzt auf einmal hast du mit kitzke ich wollte es sagen aber egal dann kann ich ja gleich probieren bock auf die scheiße ciao oh ich hab Biggie Nein! Wo? Nein, du verlass jetzt nicht! Loller! Komm! Oh ja, frisch! Ja dann, dann können wir erst Minis dann gehen wir, die Gigi. Dann können wir 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 die Gigi. Wir sind alle so hürenlos, Alter! Ja! Ja, aber warum lieg ich noch? Ich lüge, wieso lüge ich? Ja, ich mach nix! Und da war Gegner! Junge, mach deine Haft! 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 Ich hab mit TREIK mit... Hat jemand, äh, dieses... Haaaah! Ich hab gerade eine ganz kleine Munition! Was? Wirke? Hat jemand diese ganz kleine Munition da? Diese ganz kleine? Ja, ihr, komm! Hier, hier, komm! Hier, hier! Danke! Sind da welche? Guckst du uns zu? Ey, okay, ey, okay, ey, okay, ey, okay, siemürde-mürde! Da ist jemand! Was pushen? Rune, guckst uns zu! Ja! Mit der Seite! Warte, ich ein Hit! Gut, Aurora lauft einfach hin! Oh mein Gott, Aurora! Äh, nein, nein, das war Ding! Hey, ich geh von hinten. Ich geh von hinten, ich geh von hinten. Guck, wir haben beide Sniper! Leute, ich geh von rechts besser, und dann greif die an und dann kommt die von hinten. Die haben beide eine Sniper! Ich komm von rechts, okay? Ich hoffe, ihr verreckt alle! Oh Gott, komm, hier ist einer. Ey, ich hab Piki, Piki Piki! ich hoffe ihr verreckt jetzt alle außer ich lebe noch und er hat ich kann nicht schalten also fahrrad hier ist das fahrrad hier so verrägter fahrrad ist so fertig dieses verrägter fahrrad hier so fahrrad josef fahrrad ich hoffe die schmieden der stichtung und zuerst Montmore das kommt auf die Moppi Moppi die Welt war dann schon alle tot an alle Schatten nur in der Art Komma zu halten macht euch bereit also gibt bitte nie im leben jussuf harpoon ich bin gut gar nichts bist du ne scheißdreck ich hab drei lage muss nach dieser runde er ist er er so wir haben die junge macht einen scheiß tik tok aus die 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 markt macht es aus durch die Vorstellung des Klinikes zu spät ab Euro bis zuerst der Park ich habe da war also genau dort wo ich markiert habe ich bin schon so was wo landen wir nicht hier riefing laurin laurin landet dort ist am power stand power nein ich habe erst gesagt du ehrenloser ein junger sachs mag er doch doch aurora und er hat will wusstest du ja und der dorst villa ich muss da unten mit dem haus ja schon geht oh mein gott direkt haktik laurin hat auch will er glaube ich habe doch keine wohnung der mutter hinaus ich wollte die reine aber nur zum hochhaus was haben wir ja kaputt mehr nein die leckermachen die leckermachen die leckermachen ich lief gleich ich habe auch ab und nach der Ahr von wo wo es kommt hat er noch nur noch ein Gegner und wo ich bin ich bin haben gehen wir aus dem Gehirn anstunniere er hat ab 1 ab 1 aber auch ein ab drei hat fünf auf die jahre ich habe kann auch nicht mehr wert ein kill er hat zwei ich habe jetzt zwei ich hab drei ich hab drei ich hab drei wo seid ihr alle? ich hab zwei Junge, wir sind weeping kennst du weeping? ja hab drei hab drei wer von euch will ein Box? ich hab wer von nerf ich hab von nerf du bist du alter was? von nerf hast du hab von nerf ich hab voll markiert hat jemand hat jemand nur also Minis? ja, ich hab nur ein äh, ich hab noch ne Ding gefunden was? das ist gar kein hapuner ah, hier ist hapuner und sag ich hol mit hapuner aus 15 leute ist auch ein stück besoffen oder was? ich bin besoffen ja, ich merk's ich hab mich wer hat mich nicht fliegen lassen ich nicht ich nicht wo sind? bei mir ist gegner ich komm ich schau ich hab einen ich hab einen hast du die alle schon geholt? nein einer noch ok einer soll ich sagen also ich hab noch eine Chance einem kill zu zielen er ist der one shot der ist da ganz hinten er versteckt sich im Busch hier in diesem Busch da ist ich komm von ja, ich war ja, ist da jetzt jemand noch nicht nein nein ich bin 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 da ist ich bin ich bin ein bobo ja, ich hab neue battle passstufe vor 35 F1 mit 340 oa so da kann alles 200 200 mit 200 1 1 2 Stehen, Yusuf! Yusuf! Lass doch stehen! Irgendwo ist ein Gegner. Ja, ne, das war ich mit C4. Wer will noch mehr C4, dann nimmt sie es ja. Doch nicht. Obwohl doch war zu kurz. Wollen wir jemanden verändern? Äh, ich geh mal... Wollen soll ich... Wollen soll ich... Wollen soll eigentlich... Das ist irgendwo nirgendwo, Alter. Junge, ich bin in Weeping. Kennst du Weeping? Wir sind alle in Weeping, aber wo in Weeping? Kopierst du's nicht? Dort, wo ich halt bin. Schwein. selber. Aurora? Ich hab halt... Ah, ne. Hä? Ne, oh. Ich hab halt immer noch keine... Pilate Pillau. Schock mal. Sucuk mit Eier. Mama, ach, ne, ich geht immer. Ehrenlos. Mama, ehrenlos. Tschüss. Er sagt zu seiner Mom, ehrenlos. Ich hab Lila, das gar... Das war Spaß, aber egal. Ich hab Lila, das gar... Aber niemand kriegt von euch. Oh, da vorne ist Munition. Aronel, wie kannst du das übersehen? Und Minis. Oh mein Gott, ich weiß heute Spaß. Ich hab einfach nur kein... Aurora, ich hab das nicht übersehen. Ich hab einfach nur mies keinen Bock, das mitzunehmen. Hör doch auf. Ich hab Lila, das gar mal kennst, mal kennst du das. Ja. Ja, Lila, ich lass mir die Minis, ich kann welche mitnehmen. Ich hab's genommen. Ich bin auch, ich hab's, ich kann auch. Ich hab's hier Minis. Lass mir, gib mir deinen, gib mir die Minis. Vokus, Vokus, Dach und Fotos, das kommt sonst, meine Lokus... Macht man, wer auch immer markiert hat, die Markierung, weil es nervt. Aurora. Aurora, mach mal weg. Aurora, drei Jahre, Apropos, Markierung. er kann jemand ein Nini mitnehmen? Ja, ich... Komm, ich kann Nini mitnehmen. Ja, hier bei mir, bei der auch... bei jemand... Du bist deine Mutter, ist zu fäh, aber du bist... Junge, hat niemand egal welche Farbe, irgendeine Tag oder sowas? Ja, ich hab eine. Ja, aber ich brauch eine. Oh ja, nein. Wo denn? Wer hat die wieder aufgenommen? Ich geh zu meiner Markierung. Okay, welche Farbe passt du? Ich hab keine. Als ob. Ja, eben, das ist ja das Problem, ich hab keine. Hier steht's jetzt einer. Oh mein Gott, da kann ich einfach ne Farbe. Ich hab nur ne Pistole. Es hab ich nur stumm gewärmt. Kann jemand Biggie mitnehmen oder Matt Kid? Nein. Ich kann nur... Ich kann nur... Ich kann nur... Aber ich geh jetzt erst angeln, ich geh jetzt erst angeln. Ja, aber nimmt jemand Ding mit? Ich komm dann. Ich hab einen. Hä? Ich hab einen. Ich hab einen. Danke, Esel. Na braucht Hilfe, Habib. Okay, warte, warte, warte. Ich kann auch oben. Ich kann auch oben. Ich hab einen so drauf. Du bist gleich weg. Ich hab Junge, ich hab auch Junge. Ich laser. Oh mein Gott, vor mir, vor mir. Tschüss, was ist da lila nass? Zeig. Hab einen. Ah, Bandage. 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 Ich hab einen. Oh Gott, ich sind so leute. Ich bin 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 so leute. Rüstens Bugs, die man haben kann, Digga. Junge, ich krieg Angst, die sind so Dinger, Alka, die Hitten, jedes Schuss. Aurora, hör mal auf die ganze Zeit, einfach nur rumzustehen. Aurora, steh nicht so rum, du wirst noch gesniped. Ja. Ja, das bringt dir jetzt auch nicht viel. 1,23er. Die doch pushen, Aurora. Ja, der da oben hat auch einen 22er Hit. Wischi. Bruder. Wie lange willst du noch editieren? Hab einen, hab einen. Ja, er hat schon mal viermal viermal viermal. Hab ihn finished? Ja, Aurora, drei Jahre, wo du noch ein bisschen editiert hast. Da oben, wo Ronell ist, hat es einmal ein viermal viermal viermal. Baby Scar, der nimmt Scar jetzt. Ey, das war meine. Das war eine Scar vor. Nein. Nein. Das ist ein anderer. Ah, okay. Ich bin Idee. Leute, wir gehen von links. Leute, wir gehen von links und danach pushen wir die. Ich hab drei Flossen von drei Metern. Jetzt holt mal meine Karte irgendjemand. Tschöne, Mann. Bei uns, vor uns, ein Spielzeiter geht's mal. Oh mein Gott, der hat so einen Laser bekommen. Vor mir sind wir, Jusuf. Ich versuche, seine Karte zu nehmen. Ja, bei Jules, ich versuche Ronalds Karte zu nehmen. Passt auf, noch 13 Sekunden. 10. Nein, jetzt Jumping. 8. 8. 4. Ja. Ja. Und von uns, ein Gegner hinter mir. Achtung. Leute, Leute, wir gehen ganz schnell Jumping. Ganz schnell, ganz schnell Jumping. Ja, und dann kommen wir uns. Hey, Ronay, wir können dich nur bei Lazy Lake heilen. Ja, dann geht's. Oder bei Missy Meadows. Und rechts im Gegner. Ich will, greife es mein Lieblings. Guck mal, ich hole ihn so 75er Hit und danach mit 10. Bam. Hält schon. Halt schon mal. Fakent jetzt jule, Jule, du bist von einem. Oh boh, du bist von einem. Oh, ich liebe Greifer, alter. Ich hab keine Ahnung, die Eifung. Jule, einmal guck, wenn jemand alleine ist und sein... Ich hab in die Schule, ich hab in die Schule... Das geile, warte. Das Geile ist, wenn das einer ähm alleine ist und sein Teamet woanders, dann hole ich mit Greifer Bahn Hedgehort, Junge, so easy. Junge, passt auch, die holen uns mit Sniper, weil die haben Sniper. er ist da so gar nicht ein hier ich auch er und er vielleicht kann ich dich rein ich kann ihn nehmen ihr kümmert euch einfach um die gegner er kann jemand zu mir kommen als ich kann die fisch gehen aber ich kann wie könnte ich doch nicht sein irgendein rutschung und bei mir ist fünf leute die leute auf die leute aber wenn sie es ist eine rolle vielleicht hast du ja so dass du nicht in der tüge bis zum poten geheimen bei einer 6 und der warte bei einer 4 so dass ich auch noch zum wohnen und dann gibt die medkit rein ja ja danke auch gegen die leute bei mir leute macht ja ich weiß nicht so wie bei dir aurora komm schonmal warte oh mein gott digga aurora jetzt gibt die medkit warte ich geh auf dem oh mein gott digga ich krieg nur ne pistole alter wie viel pech kann man haben aurora krieg ich dies gar weil es war ja vorhin meine kriege oder die blaue stunde oder die blaue stundgewehr ich geh mich zu jungen von euch bau dich ein ich hab nicht irgendeine schwach ja ich brauch schnell weißt du bau dich ein bau dich ein kann mir jemand medkit geben oder eine normale waffe ich hab nur ne Pistole wo ich kann die gehen wo wir mit dem ja wo bist du er hat schon ist nicht schnell ich habe mir gehört und 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 nicht durch er juckt hat die kaka ich muss mir kurz nach der jahre und mir kaka jokasin nöwelle ja guck doch auf mein hp ich lieb macht keinen sinn mehr ich habe verlassen ich habe verlassen weil ihr alle in Afrika in der Zone war ich habe gedacht ich habe jetzt nicht mehr und kann mir kackt auch noch haben nur eine Möde das ist ein Karten der Welt die dort haben wir zu lassen eine halbmacht ich habe mich an ich habe nicht mal die App egal ob ich Tick-Tock habe sie es aus ich habe die App nicht mal ich hab nicht ja wer hat dann Tick-Tock gar nicht nicht Jusuf hör auf zu lügen mach einfach aus Hahaha das war doch nur Spaß ihr checkt gar nicht Leute Jusuf, Jusuf, lass die Handy mal probieren wir sind so ehrenlos, probiert doch auch mal was mit mir immer jetzt breit ja mach doch mit von die Band was ist das oh mein Gott Kills machen hey nach der Runde komme ich auf mein Handy online dann sind da Bots ja 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 und das dritte deine Lobby ja aber dann verbinde PC-Controller mit Handy geht nicht doch geht 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 das ja egal spiel einfach auf Handy und dann spiel mit dir ok ja und danach macht ihr noch mich als Gruppenanführer auf Handy ja und dann kann ich, dann kann ich auf mein Handy kommen weil ich geh weeping ich geh weeping ja und dann, dann weep ey Leute dann lief ganz schnell nicht weil ich hab richtig Aimbot auf Handy wegen des ok ok ich hab einmal auf Handy 24 Kids gemacht ich muss doch zu euch kommen ich hab ne technisch ane Tat neben doch ne Pump ich lande bei keiner Chest ich lande bei gar nix weil ich hab dann ich hab nicht mal ne Chest bei mir ist gegen nicht weg Leute jetzt lasst 20 Baum der hat mich nicht gesehen der ist ja völlig los ich brauch ne Chest oder sowas ich hab gar kein Chest ich hab mit genug mein Gott da ist schon one shop hab den mit 10 OP ich hab alles ich bin der Beste jetzt hab ne Pistole bei mir ist ein Lama ich muss kurz weg kurz hier dann guck mal bei mir ist halt echt ein Lama dann geh mal ein bisschen Minitur und nett weil ich hab von allem nur Müll Leute bei mir ist einer ja ich muss mir erstmal hier sein Leute bei mir ist einer kommt schnell ja ich hab nicht mehr hab ihn Junge hab ihn Junge einfach noch ein schlechtes Mädchen alter ich hab ne Puppe guck mal er spielt mit Maschipizu ich geb ihn 180er mit Maschipizu ja ja ich hab ja eigentlich Pampen ist auch eigentlich am Stöse da vorne ist ein Boot hab ein Ockt boah ich bin der Beste alter mit Pistole von mir ist ein Boot von mir ist ein Boot wo ist er wo ist er da vorne bei der Brücke ja ich bin halt einfach der Beste ja genau die Gegner meint ich zeig ich hab keine Merz mehr Leute warte ich komm noch hin ich hab keine Merz mehr ich bin einfach der Pistole ich bin einfach der Pistole ich bin einfach der Pistole ich bin echt der Beste ey komm lass schnell zu Lorin ja ich komm Lorin er hat nur ne Pistole er hat nur ne Pistole er hat nur ne Pistole nein jetzt nicht Mara jetzt hat er ne Pampus ne AR komm komm Lorin ey ey runde komm mit mir bei ich versuch es bei mir das hat noch relax guck mir zu Lorin ja ich guck dir zu guck dir zu guck dir her schau ich hab den hol mal die Karte hol mal die Karte als ob er dich mit Pistole geholt hat ich war ich hatte ja nur 50 er hat EIN GAME mit Pistole ich versuch nicht zu rebotten nein nein er hat eigentlich nicht zu viel aber Warte ein HP ah doch doch hier geh an die Motorhaube vorne aber ist egal ich zieh durch die Karte alles du hast Jack danke für die Pistole is gibt er ne anne bohbelle ok gib mir nachher ich muss erstmal hier bei mir? vor mir ist einer virus 5 wochen drei wochen vor mir ist einer du sagst schon die ganze zeit niemand wie der ist ist der one shot der hat für einen 20er hit und der spielt wo ist der ich stehe hier lang er ist bei mir hat jemand kommt ja ich ja ich habe von ihnen 400 ich habe auch lange gefunden das soll denn als ob sie den haben nicht gesehen habe ich habe eine goldene pack gefunden ja ich weiß ich hab's grad gesehen ich wollte das jetzt echt hoch netz 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 netz-netz warte sag mal dein goldene brand er hat echt eine danke sag mal warte erlaubt du kriegst sogar noch ding ich will ich will kopf hier gibt mal gar nicht so schnell ihn lassen uns verlieren und dann lasst man schon mit schamke kohle kohle kettens mit warte ich brauche aber wir können auch einfach laufen ja aber so kann es nicht wie mich als gut kommt jetzt das war ich auch erstmal dass ich nicht mit direkt und ich lauf einfach besser zune ist ganz langsam ich lauf weil das besser wenn wenn gegner sind und machen macht damit aber kommen wieso genau jetzt finde ich gegner wenn ich komplett lex haben der schaff ich schaff alles der schmerz und ich sehe sie nicht der welt wer mir den kids geht ich bin ja du bist trotzdem so ehrenlos und sich jetzt hast du so doch das ist ein aber ich habe ihn somit Pistole geholt ihn ein ich habe schon wieder die kostenlärzte Welt aber ich habe zu bekommen ja wir machen noch ein bisschen die gleiche Sprechzeiten und jetzt macht dann das andere mach ich habe ich weiß nicht gleich und ich habe auch die Garten das ding ist halt ich habe zurzeit hat echt kein deswegen laurin ja das will ich also ihr lauren ehrlich also ja das will ich also du bist jetzt eigentlich mein einziger dumm ich hab kein zweiter sowas ich hab schon ein dringender auch endlich mal kapiert hat was man keine 50 hat wir sind schon so weiter aber auch wenn du bist du mein echter dumm und mein echter bester freundlich ich weiß nicht ab wann die ein haus aufwand in der internetweite steht ja eben das weiß ich halt auch nicht jung ich hab die krasseste den nächsten mal haben kann was hast du für ein Ping bis auf Nordamerika ich hab nicht Ping ich hab nicht ich hab nicht dass man Ping anzeigt darf ich zu drücken ich bin der Ping-Biest ich hab ne Idee jajaja Gettys ich hab nicht in so ein Kopf gegeben johkarski 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 ich hab nicht ich setz jetzt kein Schmuck ein ja du machst es doch eh nicht ich will eigentlich ey was mach denn jetzt mach du johkarski oh nein warte geh mal hier hoch geh mal hier hoch ich weiß nicht wer ich hab ein gieb ich bin aufmockt und war jusses hat mich runter geschossen doch nur noch ich habe auch sterbe ich kann jetzt bitte bitte ja mach ich probiere die bisher nur in schacht zu haben ich habe ein besseres vor ich muss mir grad mädchen reinhauen ich kann nicht mehr menschlich ab ab 1 schön schön hat er für eine warte achten pass auf das ist seine wand es ist eine wand ich habe jetzt auf einmal ich hasse dich also laugen hast du alter kein bock auf den kondos kann auch ließen wir haben schon gelieft brauchst du nicht mehr auf handy ich komme gleich kurz auf klo er doch hasse mich kakao közü mögü mögü er hat mich kakao közü mögü mögü ja ich hab ihn zu beidemann ist aber noch sobald gibt es von zogen gestorben mit ein hp fast ich hatte ein hp und hab doch und du kannst du mir klick in der kasse mörder 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 jetzt kaffee abg auf den online ich komme jetzt ist ladet kopf ja komm ich doch halt da wie heißt du auf handy was wie heißt du auf handy siehst du aber ich spiele auch manchmal auch wenn du sagst ich möchte ich ein verbot zum beispiel spiele ich auf handy ich komme ich doch wie heißt das handy genau genau dann mal ich muss jesus 20 du mal aussetzen du mal ausschließlich macht mach mal das ein aus dem ihr dieses kiki quietsche hat auch nicht so so ist es ist wichtig also der jusser abgestimmt ich habe den juss auf den ausgehen aber ich erinnere guckmann führer gemacht das ist was man sagt aus mit jassim keil und du kannst du nicht mit beiden spielen doch nein, Yusuf, mach weg wenn ich auf P4 noch bin ja, dann oh man, Yusuf, du bist so dumm er spielt auf beide was? wie kann ich aussetzen? ich muss nicht dumm so, ja, jetzt den Yusuf hab ich gestoppt aber halt das Handy haben wir als Handy-Lobbys? manch auch P4-Lobbys manch auch P4-Lobbys manch auch P4-Lobbys manch auch P4-Lobbys ne, Switch-Lobbys haben wir glaube ich jetzt ja, Switch-Lobbys ja, okay, Switch-Lobbys ja, okay, Switch-Lobbys ah, wer P4 ist da so hässlich ah, wer P4 ist da so hässlich ah, wer P4 ist da so hässlich okay, wer ist das? okay, ich muss den Suchaufaufgang schreiten ich tanze jetzt ich tanze jetzt ey, lass mir den Schock lang lass mir dann den Krabler lass mir dann den Krabler bitte ey, Jokasi, den Krabler ey, Jokasi, den Krabler ey, Jokasi, den Krabler Nö wer then wird mein Durchsinn ich hab schon D never ey, lass mir dann den Krabler bitte ey, lass mir dann Den Krabler bitte ey Jokasi mehr keke, ey Yo Krasemmulmulmulm und halt was er hier ist nicht mehr in der Karte weil ich wollte auf seiner Nase landen ich kann doch mal und dort spielen wir nun so und Geld das wird was wir sagen ich habe erst gesagt die Hälfte die Hälfte die Hälfte ich hab gedacht Auto-Aim ist nicht da ich krieg die Heavy da gibt's keine Heavys save Heavys hopp 1 dafür den Klobler Achtung hier sind echte Gegner inshallah hab einen hab einen hab einen wo ist die Kotze eigentlich? Leute die sind echte äh irgendwie ja ich weiß nicht dass sie echte sind Jussu so bist du mit deinem Handy gelandet du Bot ich hab halb 30 HP oh mein Gott da vorne liegt ne Hektiker davon liegt deine Hektiker das in der Schuhe das war die echte Gegner die Jürgen sind einfach nur echte Gegner ich hab gedacht die ich bin die Gehändel und sind ja nicht so stark als ich möchte ich werde die Hälfte noch bis zum nächsten natürlich war ja auch so im Grund keine März ich bin ich habe gar keine Erzählung wir müssen wir müssen ding finden jump hat sonst können wir die runde vergessen wenn nicht dann können wir halt echt runde vergessen hier braucht man ein schädel zum scannen ein handlager ich bin durch irgendeine toilette gegangen ich bin ich natürlich ich muss er kommt mal alle ich bin da und sind wir die echte? Nein. Hey, komm lass raus, lass raus, lass raus! Ich bin da! Hast du die Laser anders? Ich komm! Der hat auch unendlich die Position. Komm, lau hier! Ey, Junge, ich kann nicht rein. Ey, komm jetzt! Lass mit Boot erst! Ich hab auch Boot, ich hab hier auch Boot. Nein, ich, ich und fahr weiter, fahr schon mal. Ich, ich geh mit rein. Okay. Komm, komm, komm! Okay. Okay, ich fahr, ey, ich hab einfach Lasers da, müdliches Lava. Ja, ich weiß nicht, ich hab Quaddler. Das filed, weiß ich nicht. Ich hab mein Bootstuhl ev es geht du musst halt mal auf ja wir sind ja die können auch von hier aber egal und jetzt macht das leute ich jetzt angeschossen das war ja von hoher von hoher von schlossen ja sie im KM Baujahrsdruck K 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 jungen wieso so war ich viel höhere zu tun hat es auch bringt auch was ja aber fast gar nix du musst es viel höher oha blättert sieht ungelootet aus ja geht es halt so ich habe es noch nicht umgeguckt endlich ich schwöre ich liebe diese nützlich ist einfach aber wieder hier kommt umgeguckt kann man nicht kommt was kommt an der unteren der unteren habe ich habe gehabt wir mal hier ich habe als erstes wenn ich die helden ich hab sie eh nicht ich hab keinen Bock mehr ich lieb jetzt zu vermitteln vorlieblich nur mich nicht dass der nicht mehr sein der Welt sein wird ich bin jetzt noch vorhin gerade ich habe es dann kommt mit da also ich geh da mal wieder Ciao geh da mal wieder hoch Wer heult schon wegen dem Winter Ja, ich Ja Hier liegt noch ne Zeit bei mir in dem Haus Ja Gott Junge Bettel, ich versuche fliegt ja übelst weit Mein Gott, geh mir mal ein Lass uns schluck, schluck Ja, ich brauch Wo ist der? Jusuf, hör auf Jusuf, bitte hör auf Jusuf Ich lieb, ciao Jungs, ciao Spaß, Junge, chill doch Dann hör auf Hör auf Es reicht doch auch irgendwann mal Nein, das ist nicht so leicht zu tun Falls dir aufgefallen ist Ja, ich weiß, aber nur mit Knot Und ich brauche dann nicht Oh Oh Ist nicht irgendwie, ich hab' Ja, oh Ich hab' Ja, ich hab' Das ist doch einer Das ist doch einer Das ist doch einer Da ist doch einer Dann schwimmt da Da ist doch einer Das ist doch einer Das war einer, das fangt, auch nicht anders da war da kann ich den zweiten oder tanzen die ja aber ich bin der die die knoxfahre ist einer Frau bei mir sind welche genau immer sind es nur einer ja ja ab jetzt ja ja ausrichtet dort gibt es genau kannst du für mich die heavy mitnehmen er ist sofort schon josef ganz so für mich die heavy mitnehmen vielleicht von ihm sollte hier hat jemand hast du stumm überschuss ich hab für mich ich habe sechs lassen wir auch bitte hast raketen ja kann ich ja ja okay gut ich hab dann neun glaube ich glaube ich glaube es ist ok jetzt habe ich noch glaube ich gehe direkt in die bockhafte und schon ist schon hier müssen kommen und schon mal aus der welt kommt nicht mehr und wird geschossen und ein neues das war so ein ich hätte die sowas von abhängen kann das war die in der den dann doch ich ich das auf dem hat das das hat mich ganz schnell halten ja auch ich kann es nicht menschen und so junge laugen du hast die so habs genommen ich glaube das bringt nichts ich hab ja ich hab die gruppen anführer doch warte steht er jetzt wartet auf den gruppenführer da steht ja und du bist gruppen anführer bei mir steht dass ronald gruppenanführer ist bei mir steht du bist jussuf warte kurz komm gleich hast du alle habs genommen ich hab guck mal schon da waren so vier gegner ich war alleine so